kleines tennis der tennis podcast mit geschichten aus dem amateurtennis kleines tennis staffel zwei ausgabe nummer 19 wir nehmen auf am 2 9 20 21 mein name stefan und mit mir dabei ist heute der rené den ich ganz herzlich begrüße ich freue mich auch riesig das wurde auch mal zeit dass wir glaube ich miteinander sprechen wir schon länger kontakt hatten ehe ich aber jetzt nicht irgendwie vorstelle mach du das doch lieber selbst sag mal ja den namen hast du schon genannt aber bei welchem verein du spielst wie alt du ungefähr oder auch genau bist und was seine aktuelle leistungsklasse ist ja ich bin rené komme aus dem schönen schwanewede spiele dort beim tv schwanewede tennis seit jetzt ungefähr zehn jahren leistungstaste momentan 23 ich habe ganz knapp eine 21 gekratzt vor ein paar jahren aber letzten jahre habe ich mich eher so um vereinsarbeit gekümmert und natürlich um meine kleine familie und meinen nachwuchs aber ich bin jetzt wieder kurz davor richtig anzugreifen ja und da habe ich auch mal geguckt im moment hast du ungefähr deine altersklasse erzählt in der du unterwegs bist herrn 30 ich spiele herr 30 da kommen wir nachher auch noch sprechen einer ganz tollen mannschaft ja 37 jahre alt also auch knapp von 40ern aber montag noch herrn 30 genau und ich habe ja hier das ding dass ich gerne mal gucken was passieren würde wenn wir gegeneinander spielen und ich habe gedacht wir beide fühlen uns noch so jung und treten noch an der allgemeinen klasse an und da ich inzwischen nur noch die 22,4 habe denn der motivations aufschlag hat mich wieder ein bisschen nach unten gedrückt was meinst du denn wenn wir jetzt gegeneinander spielen würden und du gegen mich gewinnen würdest um wie viel würde sich deine leistungsklasse verbessern 0,62 würde ich jetzt einfach mal schätzen nah dran 0,78 tatsächlich und ich würde mich um 0,636 verbessern wenn ich gegen dich gewinnen würde müssen wir machen unbedingt auf jeden fall ich meine am rande bemerkt das könnten wir bei euch sogar machen weil ihr habt ja ein ringfield am court bei euch genau 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 also wir sind momentan auch in so einer sommerliga mit 20 leuten wo wir dann halt ja kleinere gruppen haben wo wir dann gegen das spielen so ein kleines turnier ausspielen also das ist eine coole sache das sind wir schon mittendrin quasi in der vereinsvorstellung und und ich dachte beim tv schwane weder ich gehe das heute mal ein bisschen anders an und frage nicht einfach mal so was euren verein ausmacht sondern ich habe das quasi schon herausgefunden denn auf eurer website habt ihr drei hashtags und ich würde erst mal gerne diese drei hashtags durchgehen um darüber vielleicht so ein bisschen zu erfahren was euren verein so auszeichnet und da mal einen anderen weg zu gehen bist du bereit dafür ja sehr gerne sehr gerne dann der erste herrschild der da steht ist schwane auf der brust ja erklär mal also klar warum der schwane vielleicht wegen schwane weder aber hat er vielleicht noch eine andere motivation irgendwie da bei euch mitzuwirken oder war es ja auch vielleicht mal was zu eurem logo was glaube ich auch recht neu und modern ist genau also ich habe ja vor zehn jahren angefangen und den verein gibt es nächstes jahr 50 jahre lang und wir hatten ja so eine ganz ganz große riege an alten leuten den verein auch wirklich toll aufgebaut haben tolle anlage im grünen wirklich tolle tolle leute auch da aber vor zehn jahren habe ich gesagt ich glaube ich würde da gerne mal ein bisschen mich engagieren und was neu machen zusammen mit meinem besten kumpel der ein bisschen besser tennis spielt als ich und wir wollten zusammen was aufbauen und ich habe gesagt was brauchen wir wir hatten kein eigenes logo wie gesagt es war alles ein bisschen altbacken und habe gesagt mensch hier wie man es neu deutsch sagt corporate identity so eine so eine eigene identität schaffen und habe dann geschaut was könnten wir denn machen und haben dann gesagt okay wir brauchen logo mit dem schwan weil schwan weder ja der schwan ist unser 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 logo sozusagen waren also also ja relativ einfach wir brauchen modernen schwan ich glaube das ist ganz cool geworden und dann halt mit den ganzen social media geschichten haben gesagt was für eine hashtag könnte sein und weil wir auch vor zweieinhalb jahren eigenen fanshop gegründet haben wo wir dann halt dieses neue logo auf ganz ganz viele klamotten gedruckt haben und eigentlich fast jeder im verein jetzt mit diesem neuen logo auf der brust rum läuft haben gesagt okay unser hashtag ist schwan auf der brust wie viele tragen denn auch den schwan auf der brust also hat das quasi in fast jeder mannschaft einzug gehalten oder gibt es auch noch mal so ein paar leute die dann doch lieber ihre also größtenteils ihre eigenen klamotten tragen also wir haben es von von den den ganz kleinen also mein sohn ist jetzt vier der hat schon so ein shirt bis hin zu den herren 70 die auch teilweise sowas tragen also das schöne war ja in der vergangenheit beim fußball hast ja dann irgendwie wenn du wenn du neuer trikots gut hast dann sponsor gesucht ein trikotsatz war beim tennis immer so ein bisschen schwieriger und wir haben dann so eine kooperation vielleicht jetzt um mal werbung zu machen mit fan 12 eingegangen fan 12 ist ein anbieter der vereinen die möglichkeit gibt so einen eigenen fanshop zu zu anzubieten du musst einfach nur ein logo und dann deinen namen und so ein bisschen information zum verein hingeben und die bieten dann so fanartikel an die du dann kannst du mal wie bei anderen online shops auch bestellen kannst und ja das war ein riesen erfolg und seitdem ja also es gibt wenige die kann kein shirt mit schwan auf der brust haben und ja also es ist wirklich es hat eingeschlagen wie eine bombe und und wer hat das logo entworfen das logo haben wir haben wir haben wir ja in eigen regie erstellt wir haben uns da so ein paar verloren vor vorlagen gesucht überall aber ja das war was und mix aus vorlagen und ein bisschen eigene 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 idee noch eingebracht genau also ich wollte wissen also ihr habt da niemanden professionell engagiert sondern da quasi selbst im verein daran gearbeitet wie das logo aussehen könnte das ist auch cool weil wir haben an allen bereichen leute die sich engagieren und gut jetzt hier so internet da bin ich jetzt sehr sehr aktiv und kann auch einige sachen machen und ja aber das ist auch in eigenregie entstanden genau gab es denn sagen wir mal widerstände also ich weiß bei klar bei bundesliga fußballklubs da darfst du ein logo normalerweise zum beispiel nicht anfassen da wird gleich sehr sehr heftig diskutiert aber das sind ja dann auch fans und nicht unbedingt nur mitglieder die da irgendwie mit diskutieren wie ist es denn bei so einem tennis logo wenn man das irgendwie neu aufstellen möchte gab es da ja diskussion widerstände hat man die kosten gesehen weil man überall das logo auswechseln musste hast du da irgendwas mitbekommen oder hat ist das eigentlich alles entspannt gelaufen also ich habe mal geschaut und ich glaube der vorteil war halt wir sind halt eine sparte vom verein vom hauptverein und sind da relativ autark also haben auch eine eigene eigenen vorstand wir haben eine eigene eigene eine jahres hauptversammlung etc und ja da war einfach die idee wir waren einfach nicht so wirklich präsent und ich wollte einfach dass der verein präsent war wird und von daher was eigentlich wurde es eigentlich sehr gut angenommen und gab auch keine widerstände weil die leute waren froh dass jemand was macht und alle haben dann halt sich auch gleich damit identifiziert haben gesagt tolle geschichte und selbst wenn es glaube ich ein zwei kritiker gab geben sollte mir ist es nicht bewusst ich glaube die haben dann auch relativ schnell gesehen dass das eine tolle sache ist perfekt dann gehen wir mal zum zweiten hashtag über der lautet familiär statt elitär und da kannst du jetzt auch mal zu erzählen was da sich hinter verbirgt ja genau also im letzten jahr haben wir haben wir ich glaube über 100 leute oder über 100 neue mitglieder begrüßen können bei uns in der abteilung was eine super geschichte ist und auch da haben wir gesagt wir wollen neue wege gehen wir haben gesagt wir haben jahrelang kinder angesprochen jugendliche angesprochen die tennis spielen wollen haben aber gesehen nach ein paar jahren haben die halt andere interessen und es war schwer dann eine bindung zu bekommen zum verein und jetzt so seit drei vier jahren haben wir ja das konstrukt dass wir ganz viele neue junge familien schwane wieder haben die zugezogen sind aber halt auch ganz ganz ja familien die die schon lange hier wohnen und dadurch dass wir halt ja so ein familiäres flair erstellt haben also ich bin mit meiner familie bin ich da wir haben vier fünf andere familien die da sind die haben das ihren freunden erzählt und dann sind die auch mal gekommen haben probetraining gemacht haben ihre kinder mitgebracht die sind auf der ganzen anlage rumgerannt haben gespielt hat eine tolle zeit und da haben wir gesagt okay wir wollen auch so ein bisschen den breiten sport gedanken ja leben sagen wir mal so mittlerweile haben wir auch mannschaften die die jetzt ein bisschen ein bisschen leistungsorientiert spielen aber unser unser credo ist eigentlich wir wollen halt eine große familie sein keiner soll ausgeschlossen sein weil das kenne ich halt auch aus anderen vereinen dass es dann da eine mannschaft gibt und es ultra schwer ist da reinzukommen und wir sagen egal wer kommt egal ob der neu ist egal ob der super spielen kann ob der einfach nur ein paar mal als hobby spielen möchte alle willkommen und wir finden für jeden platz da in der familie und ja also jeder ist willkommen super da würde ich gerne nachhaken noch mal so ein bisschen gerade wenn du sagst dass ihr gemerkt hat mit den kindern und jugendlichen das funktioniert gar nicht so sehr als wirklich quasi bei euch die strategie dass er über die jungen familien zu machen und darüber quasi er die ganze tennis familie reinzuholen und dann eher über die erwachsenen zu gehen und dann die kinder mit zu überzeugen weil die vielleicht das gerne machen was die eltern auch machen ich glaube schon also wie gesagt dass mit den jugendlichen und kindern ansprechen funktioniert super also wir haben auch auch viele jugendliche kinder die spielen aber die halt am ball zu halten also das ist halt wir haben es ja auch gesehen wenn eltern dann mit zu punktspielen fahren aber keinen bezug zum tennis haben die haben dann auch eher keinen bock darauf mitzufahren und die stehen am rand können da gar nicht sich mit identifizieren wenn du die eltern jetzt mit einbindest selber tennis spielen mit diesem tennis virus infiziert die haben dann ganz anderen bock sich die kinder anzugucken auch sie zu engagieren und also das hat sich wirklich bewährt bei uns und und wie sprecht ihr die an ist es eher so mund zu mund propaganda oder habt ihr flyer oder irgendwelche tollen werbeaktionen oder tag der offenen türe tage der offenen türen damit da die leute sich das auch mal genauer angucken können also wie kriegt ihr dann auch die leute tatsächlich ja nach schwane wederzeug im club ja also vor corona war es halt einfacher da hatten wir eine saisoneröffnung und haben da halt auch verschiedene verschiedene aktionen gestartet wir haben so ein probetraining angebot dass ja leute auch schnuppern können es ist viel mund zu mund propaganda aber ich muss auch sagen wir sind relativ sichtbar jetzt auch in zeitungen wo wir halt verschiedene berichte haben sei es jetzt über wingfield über ein podcast über einzelne turniere wurden dann versuchen auch das zu kommunizieren wie toll das ist und was für ein tolles sport ist und jeder willkommen ist und natürlich halt auch social media ist ein ganz wichtiges thema dass wir dass wir da halt viel machen dass wir da eine ganz gute reichweite bekommen und auch andere leute aus dem freundskreis interessieren fürs tennis oder halt natürlich auch auch externen die gar nichts mit zu tun haben die dann sagen mensch würde ich mir gerne mal angucken und ich habe herausgehört wenn du sagst dass irgendwie über 100 neue leute hinzugekommen sind das spricht der erstmal dafür dass das ein großer erfolg ist wie wie groß ist denn da so die na sagen wir die 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 absprungquote weil ich kenne das bei uns auch wir haben natürlich auch gerade für das erste jahr vergünstigte konditionen damit die leute reinkommen und auch dann oft auch mit familie irgendwie mit dabei sind und dann weißt du halt immer okay natürlich werden nicht irgendwie alle dabei bleiben alle merken dann vielleicht doch nicht dass tennis der beste sport für sie ist und dann finden dann irgendwas besseres kriegt ihr da also seid ihr da zufrieden auch mit eurer haltequote oder denkst du okay man müsste vielleicht noch mal ein bisschen den leuten auch hat die doch besser vorbereiten oder besser einbinden also wo sind da vielleicht auch verbesserungspotenziale oder fehler die man machen kann genau also dass das fehler möchte ich gar nicht sagen aber ich würde auch sagen so 10 10 15 prozent von von den 100 also dass man so 10 15 leute hat die vielleicht wieder abspringen aber auch da was ich gerade schon sagte ich glaube wenn die leute einbindest in dieses vereinsleben dann dann ist die absprungquote relativ gering ich glaube in der vergangenheit war die quote auch höher oder gefühlt höher ich kann es gar nicht belegen weil weil wir das nicht so beunbedingt hatten also wenn jetzt jemand neu anfängt mit tennis und keinen anschluss findet ja ich glaube dann ist es nach ein bis zwei jahren dann wieder vorbei weil man dann nicht so die die lust findet aber wenn man jetzt zum beispiel eine mannschaft findet wo man wo man halt wirklich ein funktionierendes mannschaftsgefüge hat beziehungsweise feindsgefüge hat dann dann ist es ist die absprungquote viel geringer und das man muss sich halt kümmern um die mitglieder ja ich glaube das ist eine also fast schon eine phrase aber das stimmt schon manche vereine vergessen das vielleicht sogar und sind dann nur so okay das läuft ja schon irgendwie und eigentlich müssen wir uns gar nicht so sehr anstrengen aber gerade so neumitglieder da muss man schon eigentlich ein bisschen mehr investieren damit die halt auch bei der stange bleiben und den angebote machen dass die auch irgendwie reinkommen weil zu sagen hier sei mal offen kommunikativ das reicht oft nicht aus ja definitiv dritter hashtag one team one club one family ja also es kommt so ein bisschen aus dem herren 30 bereich mit one team ich habe ja habe habe vor fünf sechs jahren die herren 30 oder unseren herren 30 bereich gegründet und da hatten wir halt gar nicht so viele leute die herren 30 spielen konnten ein paar leute die die wirklich gut gespielt haben haben bei anderen vereinen gespielt aus unserem verein und ich habe mir dann ja ein paar anfänger gesucht so aus dem herren 40 herren 50 bereich und habe dann mit denen zusammen eine herren 30 monnschaft gegründet und unser unser ja unser credo auch damals war ja bringt alle eure freunde mit zu den punktspielen und dann machen wir eine mega party bei jedem punktspiel wir hatten als ich angefangen habe alle punktspiele auf den sonntag wir haben gesagt wir machen alle punktspiel auf dem samstag damit wir dann auch lange da zusammensitzen können und ja wir haben halt zweite region klasse gespielt ganz ganz unten aber hatten dann zum teil 30 bis 40 leute auf der anlage und vielleicht kommt das auch daher dass das viele gesagt haben mensch ich will anfangen das hat sich dann immer weiterentwickelt werden eine zweite mannschaft eine dritte mannschaft und mittlerweile sind über 50 leute im herren 30 bereich und haben vier mannschaften und das ist kann ich schon sagen bin ich so ein bisschen stolz wo man sagen kann one team wir sehen aber auch andere mannschaften die die sich da jetzt zum beispiel daran nehmen die sagen okay das ist cool was ihr da gemacht habt wir wollen das machen also unsere damen 30 zum beispiel das ganz tolle gemeinschaft die es aufbauen andere mannschaften versuchen es jetzt deswegen erstmal one team one club wie ich dann schon sagte diese identifikation mit dem schwan auf der brust dass man etwas hat wo man gemeinsam stolz drauf sein kann wo man sich mit identifizieren kann ja und one family hatte ich auch gerade dann gesprochen wir wollen junge familien und freunde mit integrieren so dass man halt dann sehr großen zusammenhang hat und halt auch wenig leute die sich abgehängt fühlen wo du gerade diese sagen wir mal großen events und quasi fashion parties ansprichst bei euren medien spielen wie blicken denn so dann eure gegner drauf sind die neidisch sagen die mensch bei uns ist es genauso oder bei uns ist es absolut nicht so wie habt ihr das dann gemacht also kriegst du da dann auch so externes feedback wurde a nicht nur merkst dass das vielleicht sogar einzigartig in der region ist und b haben sich das vielleicht sogar tatsächlich schon leute bei euch abgeschaut also ich würde mich sehr sehr freuen wenn sich das andere vereine abschauen also das feedback ist eigentlich durchweg sehr sehr positiv weil wir auch sagen wir wollen wirklich ein guter gastgeber sein wir haben zum beispiel spare ribs schon gesmoked bei punktspielen wie wir haben türkisches grillbuffet gemacht wir haben pizza bestellt wo wir dann 20 pizzen kommen gelassen haben und ein grillbuffet hatten pizza buffet hatten also die wir haben teilweise dass die gegner dann auch noch bis nachts um eins bei uns sitzen und mit uns dann mitfeiern und ich glaube dass es ist schon ja einzigartig es gibt bestimmt andere fallen die ist auch so auch so halten aber ich glaube ja so so viel habe ich noch nicht kennengelernt also jetzt zum beispiel ich habe mich ja ich habe den las aus hilta ja auch über podcast kennengelernt da haben wir uns mal auf dem turnier gesehen und die waren dann letztes ja auch sogar zum pokalspiel bei uns und ich glaube dass das ist ähnlich wie bei uns und aber ich glaube es ist schon eher die seltene seltenheit wir haben auch vereine die dann wo wir hinkommen wo es dann nicht mal wasser gibt zum beispiel die dann also ja es ist komisch ich glaube es auch ein unterschied herren 30 und herren zum beispiel ich habe jetzt einmal dieses jahr bei den herren ausgeholfen irgendwo in bremen da haben wir haben wir halt doppel gespielt und während der doppel haben sie dann schon die sachen eingeräumt also die stühle zusammengestellt und dann kamen wir vom platz und gesagt essen essen ist nicht und war alles die erste war schon abgehauen und ja also das finde ich immer schade weil ich finde das ist eigentlich immer so ein highlight wenn wir ein punktspiel haben versuchen wir halt auch das beste auszumachen und das zu zelebrieren das ist ja auch wenn das habe ich ja schon öfters gesagt in meinen augen auch eigentlich so wie auch ein verein wahrscheinlich auf unserer ebene auch zu funktionieren hat damit überhaupt auch das konstrukt verein attraktiv bleibt für die leute und man halt nicht nur mitglieder hat die nur zum tennisspielen vorbeikommen sondern dass als er so kommt sagen wir mal großes ganzes betrachten und halt nicht nur irgendwie zwei stunden die woche zocken sondern auch halt noch ein bisschen mehr drum herum machen genau was ist dein lieblings hashtag von den dreien sparen auf der brust ist schon ganz vorne weil weil wie gesagt mit dem logo und ich glaube ich kann auch mit der idee zu dem hashtag also das ist dann auch immer so ein bisschen ego und da ist man auch so ein bisschen stolz drauf aber ja also ich freue mich aber generell wenn wenn ich irgendwas sehe was mit unserer abteilung zu tun hat auch auch wenn jugendliche dann was posten mit hashtag schwann auf der brust oder auch ein hashtag ja geht mir immer das herz auf das ist wirklich wirklich toll sagt ich bin auch ein bisschen neidisch vor allem weil ihr natürlich durch den namen schwane weder den quasi geschenkt bekommen habt ja weil bei uns beim tc hilden es gibt noch andere tennis vereine in hilden da hast du leider nicht so viel vom namen an alleinstellungsmerkmal deswegen überlege ich jetzt wie ich die idee von dir klauen kann und irgendwie auch was einzigartiges aus dem namen oder aus unserem verein machen kann ja also es ist ja und es ist ja jetzt nichts einzigartiges also ich ich sage ja auch immer tennis community ist mir eigentlich wichtig ich freue mich wenn wenn andere das aufschnappen weil weil man sieht ja auch viele tennisvereine die sterben und die immer mehr probleme bekommen mit mitgliedern und hey wenn die tennisvereine das aufnehmen und dadurch sich am leben halten können oder richtigen aufschwung kriegen bin ich der glücklichste mensch der welt weil es geht ja darum halt auch gegen andere zu spielen gegen andere vereine und wenn es keine anderen vereine mehr geben sollte oder weniger vereine das ist dann echt schade so genau und vor allem ist es ja auch schön wenn man nicht nur bei seinem heimspiel bis ein uhr nachts sitzt sondern auch vielleicht mal bei einem auswärtsspiel bis ein uhr nachts mit den leuten noch zusammensitzt ich brauche jetzt noch ein paar harte fakten zu einem verein und zwar zu allerersten auf ja auf wie vielen plätzen spielt ihr denn bei euch wir haben drei heimplätze mit schwingen boden und sechs sandplätze draußen noch mal was für ein boden bei der halle schwingen boden also das teppich teppich und da drunter ist ein schwingen boden gelenkschonend genau okay den begriff höre ich zum ersten mal aber vielleicht können viele damit was anfangen das heißt dass es quasi nicht so genau gelenkbelastend weil der etwas besser abfedert genau verstehe seid ihr wenn ihr genau wie viele mitglieder habt ihr denn wir gehen auf die 450 mitglieder zu und genau da wäre nämlich jetzt die frage das habe ich nämlich auch gesehen dass ihr echt viele mitglieder habt für doch eine recht geringe anzahl an plätzen kommt ihr da langsam an grenzen also war es vielleicht auch zu viel familiär statt elitär weil einfach zu viele leute bei euch irgendwie heran bekommt oder geht das mit der platzverteilung noch einigermaßen das geht tatsächlich also wir haben auch draußen zum beispiel kein book and play sondern ganz oldschool mäßig man hängt sich ein in eine tafel und es geht du hast natürlich so zwei drei tage unter der woche wo die wo die leute das schon seit jahren spielen da wird es dann voll aber so ab 19 20 uhr findet eigentlich in den meisten fällen platz wir sind aber auch schon in der überlegung ob man siebten achten platz bauen könnte wir haben schon mal geschaut es gäbe wohl optionen aber wir sagen halt natürlich wir wollen erst mal gucken wie die auslastung ist weil wir brauchen keine neuen plätze bauen wenn an zwei drei tagen der woche die gar nicht komplett ausgelastet sind also ist die anlage ist schon immer voll aber ist jetzt nicht so dass es dass es da unmut gibt dass leute nicht spielen können und ja also das geht tatsächlich noch weil wir auch viele ältere haben die dann vormittags spielen zum beispiel das teilt sich relativ gut auf und wenn man etwas länger warten muss gibt es eine gastronomie oder seid ihr selbst bewirtet selbst bewirtet also wir haben wir haben eine küche mit mit ganz vielen getränken da trägt man sich dann auf einer karte ein was man trinkt was verzehrt also das ist auch ja eigentlich kein problem und auch da findet man oft leute auch unter der woche die dann noch bis spät abends dann auf der anlage verweilen und eine gute zeit haben sagen wir so hatte ich hatte ich bisher selten dass jemand in so großem verein mir erzählen kann dass noch selbst bewirtet sind das finde ich ganz spannend dass ihr das da quasi noch so habt ist das dann so dass ihr eure anlage auch außerhalb liegt dass auch gar nicht so viele sagen mal aufgrundschöpfte in der nähe sein könnte die auch vorbei kommen könnte wenn ihr eine gastronomie hättet genau also ich würde sagen 95 prozent wenn ich sogar mehr sind sind eigentlich vereinsmitglieder beziehungsweise wenn wir halt zu punktspielen einladen oder zu turnieren dann kommen halt auch externe aber aber unter der woche ist eigentlich ja wirklich nur aus dem verein und aus dem umfeld und ich habe richtig mitbekommen ihr seid quasi genau ein verein der quasi in einem anderen verein mit drin ist genau sind eine sparte vom tv spannende wieder vom großverein und da sehen wir es natürlich auch wir haben ein vorstand dort der das ganz ganz vielen jahren macht und ja versuchen oder ich sehe dass da jetzt auch mehrere jüngere leute reinkommen langsam und aber ist auch wichtig für so große vereinen sich immer neu zu erfinden ja und ja ich glaub glaubt glaubt der hauptverein guckt auch so ein bisschen neidisch auf uns und sagt oder wir kriegen auch das feedback dass die dass die das ganze finden was wir da machen also von daher kriegen wir auch jegliche unterstützung das ist super wo wir gerade beim thema aber neu erfinden waren das was du gerade gesagt hast dann bin ich beim thema was wir schon angesprochen haben und zwar wingfield es gibt ja diese wingfield calls ich glaube du musst weil ich habe das bisher noch nicht erlebt es könnte sein dass ich noch diese woche das erste mal auf so einem court stehen könnte aber erklärt trotzdem erstmal was verwirkt sich dahinter und dann gucken wir mal warum ihr bei euch im verein euch das ding angeschafft habt genau also wingfield musst du dir vorstellen hinten am zaun wird eine kamera aufgebaut dieser spiel filmt also allgemein das spiel für highlight videos und dann hast du einen 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 posten wo ein wo zwei kameras integriert sind auf jeder seite und die kann kamera oder mit der kamera kannst du eine auswertung zu deinem spiel machen das bedeutet du gehst vor dem spiel hin brauchst eine app von wingfield muss ich da einmal registrieren und dann kriegst du einen qr-code jetzt kennst du einmal ab dass das system weiß dass du das bist und dann kannst du verschiedene dinge machen du kannst zum beispiel alleine ein ausschlag training machen wo dann so nah wie möglich an die linie kommen muss und dann werte er aus wie hart die ausschläge waren und wie viele da hingekommen sind kriegst du punktzahl kannst du also alleine trainieren du kannst mit einem anderen spielen und wenn du zum beispiel mit einem anderen ganz normales spiel machst dann werte dir alle informationen aus wie viele aufschläge waren drin wie viele deiner vorende waren drin rückhände waren drin wie viele netzpunkte hast du gemacht da gibt es so eine künstliche intelligenz die das ausrechnet und ja am ende des spiels bestätigst du dann dein ergebnis er macht den vorschlag sagt war das das ergebnis was ihr hattet da guckst du mal drauf sagst ja ist es oder ist es nicht und dann hast du in der app ja alle informationen alle statistiken also wie wenn du us open guckst kannst du dann deine ausschlagquote angucken und unforced arrows winners und ja und das system ermöglicht sogar lk spiele zu machen also kannst du ein normales spiel anmelden muss dann 12 99 glaube ich zahlen pro spiel pro person und dann wird es sogar dann in die lk wertung aufgenommen und diese durch diese künstliche intelligenz würde auch auffallen wenn jetzt zum beispiel ein lk 10er gegen lk 22 verliert weil diese künstliche intelligenz erkennt wenn es da komische dinge gibt und dadurch ist dann halt hinten die kamera und ja man könnte sich das spiel noch mal angucken und schauen ist das wirklich so gelaufen oder gab es da jetzt komische komische dinge und ja und genau das haben wir jetzt seit zwei monaten auf unserer außenanlage wie zufrieden bist du damit also hast du das jetzt schon öfters benutzt und sagst mensch das klappt eigentlich ganz gut also auch vom gefühl dass du sagst okay interessant und so kommt mir mein spiel tatsächlich auch vor dass ich keine ahnung so und so viel einfach was tatsächlich mache oder zweifelst du manchmal so ein bisschen an den statistiken wenn du das mal auswerten lässt das ist schon recht cool also man kann sich sogar so ein premium account holen habe ich mir sofort geholt na klar und dann kannst du sogar eine app sehen also wenn du jetzt auf an forst eros geht zum beispiel dann kannst du deine 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 bälle an sogar die ball abdrücke ansehen wo die waren klickst auf den ball abdrück und dann kannst du sogar das video sehen dann zeigte diesen video ausschnitt wurde dabei gelandet ist wie du gestand zum ball wie wir also es ist wahnsinn also ich bin wirklich hellauf begeistert von von dem von dem system und kann das nur empfehlen wie seite dazu gekommen also kann man die firma irgendwie auf alle vereine irgendwie zu und ihr habt dann interesse gezeigt oder habt ihr selbst irgendwie gefunden weißt du wie das quasi auch die entscheidung kam ich habe das über my big point gesehen letztes jahr habe gesagt aus eine coole sache da war aber dieses lk modul noch gar nicht beschlossen ich habe irgendwo gelesen dass in der planung ist und habe mir dann mal so ein paar informationen geholt hatte dann vor einem dreiviertel jahr schon mal ja ein telefonat mit den wirklich tollen mitarbeiter von wingfield die erklären dir alles die machen tolle präsentation die support nicht wo es nur geht und die haben gesagt ja zum neuen jahr sind wir gerade mit dem dtb in verhandlung da könnten halt auch diese lk wertung mit reingehen und dann habe ich gesagt ja dann lassen uns dann noch mal telefonieren und dann hieß es ja jetzt mit dem dtb haben uns geeinigt und dann habe ich dann unseren ersten vorsitzenden dazu geholt habe gesagt mensch guck mal das wäre doch was wir wollen vorangehen wir wollen modern sein in bremen hat es glaube ich ein verein aber in der ganzen region sind wir jetzt einer von zwei vereinen und es gibt ja ganz viele vereine also da gehen wir voran und das ist schon ziemlich exklusiv was wir machen können und ja da war es eigentlich gar nicht so schwierig unseren ersten vorsitzenden zu überzeugen weil es gibt auch ja verschiedene möglichkeiten das re zu finanzieren und ja für jeden der tennisverrückt ist ja ist das was definitiv genau ich habe zum thema finanzierung auf der website wird es quasi ein beworben mit ich glaube entweder 139 euro monatlich finanzierung oder vorabzahlung 4.280 ich glaube für drei jahre wenn das ich hier richtig sehe wie wie finanzierte das dann also habt ihr da irgendwie förderung bekommen oder lasst ihre mitglieder dafür bezahlen wie ist denn da so euer modell oder habt ihr einfach so genug geld weil ihr auch genug mitglieder gewonnen habt dass man dass man so auch einfach so finanzieren kann ja klar wir sind reich nein nein quatsch also die idee war erst auch das über eine subscription zu machen also monatlich wir hatten dann aber den glücklichen oder die glückliche fügung dass ein sponsor hatten der gesagt hat mensch ich sponsor euch das und ja dann haben wir das so gekauft also man kann es sogar kaufen das steht nicht auf der homepage aber man kann das auch kaufen das gibt einen einmalpreis und wingfield hatte uns erzählt dass man auch da förderung beantragen kann das auch möglich ist das haben wir jetzt nicht gemacht weil weil ich den sponsor hatten und ja sind super glücklich damit sehr cool dann ist auf jeden fall safe wenn ich dann entsparende weder bin dass wir ein schönes lk-match austragen ja definitiv definitiv da muss ich aber noch fragen wie er da deine meinung zu ist man zahlt ja 1299 für ein lk-match und zwar jeder das heißt man kommt dann insgesamt auf knapp 26 euro für ein lk-match wenn man das mal so für sich machen möchte plus vielleicht noch ein paar neue bälle ist das angemessen oder findest das zu teuer wie ist also das coole ist von 26 euro gehen fünf euro für jedes lk spiel einen verein zurück als kickback also so das schon mal schon mal positiv und ich sag mir immer so wenn ich jetzt irgendwo hinfahre ein turnier spiele habe ich vielleicht zwei spiele wenn es ein tagesturnier ist und bezahlt auch 25 bis 30 euro startgeld und muss anreisen das mache ich natürlich auch immer noch gerne aber wenn das dann runter bricht ja dann kannst du halt auch mal 13 euro für ein lk-match mal bezahlen also meiner meinung nach das ist jetzt meine meine eigene meinung und ja die wird aber auch von vielen geteilt die dann sagen okay ob jetzt 30 euro für ein turnier zahle oder 30 euro oder 26 euro für zwei spiele hier das ist dann völlig in ordnung ich glaube man so die rechnung aufmacht dann wird das auch für viele eventuell okay sein du musst halt immer noch vielleicht die den ballfaktor mit zurechnen weil bei einem lk-turnier kriegst du ja auf jeden fall frische bälle gestellt aber das stimmt schon es ist ich glaube zumindest an der grenze wo man zumindest darüber diskutieren kann aber wo man jetzt nicht auf die eine oder andere seite sagen kann es ist zu teuer oder zu günstig und natürlich wollen ja auch alle irgendwie die sowas machen und im tennis damit unterwegs und geld verdienen das ist ja auch okay also wie gesagt ich mache gerne werbung für ringfield das ist ein tolles unternehmen junges start-up wir waren auf dem freitag hatten wir das die anlage installiert und normal haben sie bis ich glaube 18 uhr gearbeitet die waren mit uns bis 20 uhr am telefon haben überstunden gemacht haben uns wirklich toll unterstützt also ja also es ist nicht nur dass die das jetzt damit geld verdienen wollen die haben auch wirklich tollen kundenservice und betreuen die ja die kunden auch wirklich klasse also da auch da kann ich nur 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 meinen hut ziehen und schwärmen davon wunderbar dann würde ich so also jetzt noch mal doch so ganz seicht den übergang in den karriere modus machen aber auch mit einer schönen brücke die wir bauen können denn viele denken rené moment irgendwie die stimme kenne ich doch irgendwo her und ja klar du hast auch einen tennis podcast genau das war auch die idee wo wir gesagt haben ja wir wollen sachen besonders machen vorangehen identifikation schaffen und haben dann gesagt wir machen tennis podcast und habe mich dann mit einem kumpel mit zaffa aus unserer herren 30 zusammengesetzt und habe gesagt hier weil zaffa ist eigentlich bekannt wenn man zaffa kennt er redet sehr viel und er redet sehr gerne auch während des spiels das ist so sein seine 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 geheimwaffe und da haben wir gesagt ja wir wollen podcast machen haben dann guckt was gibt es für podcast und du machst ja ganz ganz tollen podcast ganz tolles format wo du sagst okay du willst auch auf den amateursport eingehen es gab gibt aber auch ganz ganz viele formate die dann sagen okay jetzt aufs aktuelle profi geschehen und wir haben auch gesagt ja wir wollen so ein bisschen auf community eingehen wir wollen genau das was wir montan hier gut machen wollen wir teilen mit anderen dass sie das halt auch mit aufnehmen können und natürlich primär reden wir über themen aus unserem verein also eigentlich ein podcast für unsere vereinsmitglieder und macht spaß wir werden da jetzt natürlich nicht den großen durchbruch schaffen deutschlandweit wahrscheinlich weil es dann schon sehr niedrig ist wahrscheinlich aber es macht enorm viel spaß und ich freue mich immer wenn ich wenn ich da wieder mal eine neue folge raushauen kann ich glaube das namen noch gar nicht genannt oder elka drölf genau weil genau das war auch irgendwie diese ganze leistungsklasse da gibt es ja auch viele diskussionen darüber ist das gut auch die jetzt die neue neue reform ist das gut das ist nicht gut und wir haben gesagt ach komm elka drölf ist doch das beste was gibt definitiv und du ich finde das gar schon ganz gut herausgestellt wo auch dann vielleicht die besonderheit ist dass das tatsächlich doch ein vereins podcast ist also der hat zwar jetzt nicht offiziell irgendwie das label irgendwie der schwane weder podcast aber es geht natürlich da um euch und was ihr macht und das ist tatsächlich ja nischig aber eine nische die besetzt werden sollte und muss damit leute wirklich was mitbekommen und wir merken ja selbst gerade also ich merke gerade selbst wie lange ich mit dir hier schon über euren verein reden kann was glaube ich rekordzeit ist in diesem in diesem abschnitt hier weil das einfach unglaublich bereichernd ist und spaß macht und die auch immer wieder neue ideen hervorbringt und die gerade auch in dem podcast dann auch sehr unterhaltsam an die leute gebracht werden ja also wir hatten ein anderes beispiel wir hatten im winter haben wir ja gesagt okay wir dürfen zu zweit in der halle sein wegen den corona vorschriften waren glücklich darüber aber haben halt gesagt es ist eigentlich schade weil ja wenn vereinsmeisterschaften draußen haben oder turniere punktspiele gucken immer so viele leute zu und da haben wir gesagt okay wir machen vereinsmeisterschaften im winter gestreckt über den ganzen winter leute haben sich verabredet werden zwei gruppen dann finalrunde und dann haben wir gesagt okay was kann man machen und dann haben wir tatsächlich mit sehr sehr viel arbeiten sehr sehr viel aufwand es hinbekommen die spiele auf twitch zu streamen und die top spiele haben wir sogar kommentiert werden dann ja mehrere mehrere sonntage da haben wir mal immer versucht vier fünf spiele nacheinander zu machen und da haben wir dann von morgens bis abends gestreamt haben sogar kommentiert die spiele also wirklich auf amateurniveau aber mit kommentar und ja wir hatten im schnitt über den ganzen tag über 200 leute das war wahnsinn also das war wirklich wahnsinn ich dachte da gucken jetzt zehn leute zu für die machen muss auch gerne aber da haben dann bitte über 200 leute über den ganzen tag im schnitt zu geguckt wo ich sagte das ist richtig krass und gut macht jetzt keinen sinn mehr weil jetzt können wieder alle leute zu den punkt spielen kommen draußen aber das war für mich auch ein ganz besonderes ding was wir da gemacht haben einfach auch um den mitgliedern so ein bisschen normalität zu geben und auch da war gab es ein ganz ganz tolles feedback nicht nur aus unserem verein sondern wir hatten viele aus der region die die zugeguckt haben die dann im chat angefeuert haben also es ist war einmalig aber ja ganz ganz tolle sache genau wie ich ja dann auch schon meinte inspirierend und sowas zu hören war bisher von ja getwitschten vereinsmeisterschaften das hat man bisher auch selten gehört oder mitbekommen ja genau also du siehst jetzt mittlerweile auch die bundesliga mannschaften stream auch jetzt im internet also es ist schon ist schon ist schon ja normaler geworden aber ja wir haben uns dann da mehrere gopros geholt und das ist gar nicht so einfach dann ohne ohne so eine lösung halt das zu kommentieren das war auch mein feedback an winkfield ihr habt eigentlich alles da macht doch mal so eine so eine schnittstelle zu twitch und da kann man die winkfeed matches dann streamen und wenn ihr dann noch schafft irgendwie eine einfache kommentarfunktion einzubauen das wäre perfekt und winkfield hat mir versichert die arbeiten montag ganz vermehrt an vielen features vielen ideen ja ich weiß nicht ob das jetzt auf der priorität steht aber für mich wäre sowas die zukunft weil weil ich sage ja je mehr sich die leute auch immer mit dem tennis im amateurbereich identifizieren können das mehr spaß haben sie und wie von schon sagten springen dann weniger ab oder bleiben dann eher am ball das ist ja genau und ich glaube tatsächlich die welt wartet auf einen twitch stream wo wir gegeneinander tennis spielen das ist ja stark das können wir das können wir das können wir gerne mal festhalten das ist das definitiv gut rené dann würde ich ganz entspannt in den karriere modus übergehen denn ich möchte noch ein bisschen eigentlich was zu dem spieler wissen der hier quasi gerade mit mir spricht und du hast es ja schon gesagt du hast vor zehn jahren angefangen die große frage ist aber warum und wie und warum nicht tischtennis ja also meine meine frau spielt seitdem sie kind ist tennis er hat auch schon einstellige lk spielerinnen geschlagen jetzt auch durch die beiden kinder so ein bisschen wieder abgerutscht aber die spielt wirklich extrem gut tennis und ich habe gesagt mensch wer halt mega wenn wir ein gemeinsames hobby haben und das war der eine grund und der andere grund wie gesagt weil ich gesehen habe wie viel potenzial mit der schönen anlage im verein besteht dass ich da halt etwas verändern wollte das waren eigentlich so die zwei hauptgründe warum ich vor zehn jahren angefangen habe ich habe als als kind jugendlicher somit zehn elf mal für zwei drei jahre gespielt auch da aus erster hand irgendwann hatte ich andere interessen und ärgere mich heute dass ich da nicht drangeblieben bin aber ja ich wurde so ein bisschen verloren würde ich fast sagen damals und habe dann im tennis aufgehört und bin dann ja 15 jahre später wieder wieder gekommen wieder angefangen was dann damals auch schnell tv schwane weder in seiner alten form ja ja genau und das war halt du hattest wirklich halt gute spieler die dann auch punktspiele gemacht haben ich hätte auch gerne punktspiele gemacht vielleicht in der niedrigen liga aber ja irgendwie so als zehnjähriger weiß ja auch nicht da kümmer sich auch nicht selber um solche themen und wenn du nicht aktiv angesprochen wirst dann wird es halt auch schwierig und das geht mir damals so ein bisschen und dann bin ich dann halt ja leider leider wieder ausgestiegen habe mich auch fußball konzentriert in den folgejahren man hört ja gut raus dass glaube ich von dir von anfang an auch die arbeiten neben dem tennis ehrenamtliche interessiert hat und du mit dabei warst kannst du das irgendwie beziffern wie das so die ersten jahre war also war da keine ahnung 75 prozent tennis spielen 25 prozent noch nebenbei was machen oder war es von vornherein 50 50 also gibt es da irgendwie so also eine ganz grobe einschätzung wie du auch merkst wie sich das dann auch entwickelt hat vielleicht zum anfang hin habe ich ja mannschaftsführer gemacht bei verschiedenen mannschaften da war schon viel mehr tennis und dann halt nur dieses mannschaftsführer amt dann halt mit der gründung der herren 30 ist dann aber immer mehr so in die andere richtung gegangen ich würde sagen ja es ist schon mittlerweile 50 50 damals war es vielleicht 10 90 mittlerweile 50 50 ich versuche aber das tennis spielen ja wieder zu zu intensivieren ja weil ich möchte halt ja auch mal wieder ein bisschen angreifen mit lk an lk und ich glaube dass es läuft jetzt mittlerweile wir haben da gut was aufgebaut ich habe aber auch in den letzten jahren gesagt ich habe eigentlich keine zeit für ein festes ehrenamt also ich engagiere mich da ohne ehrenamt oder ohne 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 vorstandstitel oder so sondern engagieren mich einfach weil ich lust drauf habe und das passt eigentlich ganz gut aber vielleicht wer weiß noch mal ein paar jahren dass man auch noch mal ein amt übernimmt wer weiß ich meine das schöne ist ja wenn man dir ja auch die freiheit gibt da sachen auszutesten ohne dass du ein amt hast dass du a von den sagen wir mal schwierigen vorstandsentscheidungen entbunden bist und man wahrscheinlich auch dann wenn die merken okay der rené macht gute arbeit dass du auch recht frei was machen kannst du holst ja vielleicht mal das okay aber du musst keine diskussion führen und sachen abstimmen sondern darfst dann einfach machen weil die leute wissen das thema ist bei dir in guten händen ja also ich hätte ja gesagt vor zehn jahren wollte ich meinem besten kumpel das hier voran treiben mein bester kumpel ist mittlerweile erster vorsitzender also er unterstützt mich eigentlich auch in allen was ich habe oder in den meisten themen manchmal haben wir auch ja andere ideen aber aber ich würde sagen in den meisten fällen lässt er mir freie hand unterstützt mich finde das natürlich auch mega wo es hingeht die homepage zum beispiel ja ist auch komplett auf meinen mist gewachsen auch die ganzen ich fand es lustig wir hatten letzte woche auf dem turnier hatten wir hatten wir hatten wir politiker da die dann halt auch von der homepage verschiedene dinge zitiert haben und dann dachte ich oder sagte ich zum ersten vorsitzenden gute pr gute pr abteilung würde ich sagen ja aber habe da freie hand meist in fällen und ja es macht einfach spaß mit mit den mit den mit den leuten die hier muttern ja im vorstand sind auch zu arbeiten für sachen voranzutreiben und ja mega und sportlich wie sieht es da aktuell aus also wie viel hast du es jetzt in diesem sommer geschafft auf dem tennisplatz zu stehen war es keine ahnung ein zweimal die woche zocken einmal training oder wie ist da so dein pensum was du absolvieren kannst also ich habe versucht zweimal die woche zu spielen also ganz normal zu spielen einmal training wir haben einmal die woche training und einmal einmal so mit jemand zu spielen ist nicht immer so ganz einfach mit arbeit und ich hätte auch eine ja eine blöde verletzung im märz wo die mich so zwei drei monate so sehr gehindert hat von daher bin ich jetzt erst wieder so in der situation wo ich dann kann ja jetzt kann ich richtig angreifen also ich würde schon sagen zweimal die woche würde ich gerne spielen eigentlich für die dreimal die woche spielen aber zweimal ist eigentlich realistisch dass das klappt sonst fiel mir halt tatsächlich auf dass du sagen wir mal du bist statistisch schon etwas weiter mit der anzahl der spiele die du bisher gemacht hast die gezählt haben aber du bist so von der prozentualen gewinnverteilung auf jeden fall unter 50 prozent und doch recht deutlich gerade das ist bei mir nicht anders ich bin auch gerade bei ich glaube 33 prozent meiner einzeln in meiner comeback karriere habe ich gewonnen und davon dieses jahr noch kein einziges also wir beide wissen wie man verliert die frage ist wie geht es dir damit also ist das eine sache die dich beschäftigt ist das okay für dich dass du hin und wieder dann doch mal gewinnst also ich kann die zahlen glaube ich nennen 13 zu 62 beim einzel und 10 zu 39 bei den doppeln also es kommt schon vor ich habe schon schlimmere statistiken tatsächlich gesehen also auch schon mal absurde mit 1 zu 80 oder so also das geht alles noch schlimmer aber ist das eine sache die dich ärgert wurde auch vielleicht merkst vielleicht musst du doch noch eine klasse tiefer spielen oder sehnst den herren 40 herbei wie gestern damit um für dich also da muss ich sagen die ersten drei jahre oder dreieinhalb jahre habe ich überhaupt kein training genommen also ich habe einfach so gespielt gedaddelt und habe gesagt ich habe einfach bock auf punktspiele will da mal erfahrungen sammeln und ich glaube ich habe in den ersten dreieinhalb jahren halt kein spiel gewonnen muss man auch ganz ehrlich sagen dann habe ich angefangen training zu nehmen und habe gesagt dann ich glaube zum vierten fünften jahr jetzt versuchst du mal ganz ganz viele spiele zu machen irgendwann muss es ja mal klappen und habe dann ganz viele turniere gespielt ich glaube ich habe mein erstes match sowieso erst nach vier jahren gewonnen wie gesagt und es macht mir aber nichts aus also ich in unser podcast lachen wir immer drüber weil ich sage ich spiele eigentlich tennis um spaß zu haben und nicht unbedingt zu gewinnen ja mittlerweile sehe ich es auch ein bisschen anders ich versuche jetzt auch natürlich das training zu machen damit besser wird und ich sehe auch schon fortschritt aber ja also in den letzten letzten zwei jahren zwei drei jahren muss ich auch sagen hatte ich so ein bisschen zu viel da war der fokus auf die kinder da hatte ich auch so ein bisschen schwangerschafts speck angenommen aber mittlerweile würde ich sagen bin ich auch relativ wieder einer guten körperlichen verfassung das training scheint zu wirken wir haben ganz tolle trainer willkommen jetzt dazu und ja ich glaube jetzt 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 gibt es keine ausreden mehr also ab der wintersaison bitte wird mal wieder richtig angegriffen wie würdest du deine spielweise beschreiben war sehr sehr defensiv in der vergangenheit ich versuche jetzt offensiver zu spielen muss ja auch ganz ehrlich sagen ja die fehlerquote ist wenn ich zu offensiv spiele zu hoch das sehe ich momentan auch deswegen bin ich momentan auch in so einer findungsphase ich arbeite momentan extrem an meinem ausschlag weil ich glaube dass das ist ein großes problem von mir also ich glaube spielerisch ist gar nicht so schlecht aber ich bringe zu wenig meinen ausschlag durch und da habe ich jetzt momentan so ein fokus mit meinem trainer gesetzt läuft auch ganz gut und ich sehe tatsächlich gegen also ich habe im letzten zwei monaten spiele gemacht mehrere spiele wo ich deutlich verloren habe in der vergangenheit wo ich dann satz gewonnen habe wo ich sogar dran war zu gewinnen also ich würde mich jetzt momentan so auf ja also das ist ja einen guten tag auch mit lk 20 schlagen könnte das wäre in den letzten jahren war das war das gar nicht war gar nicht daran zu denken also letzten jahren waren lk 22 gar einen guten tag aber aber auch lk 23 war das schon 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 realistisch und mittlerweile würde ich sagen auch durch die fitness das training sehe ich mich sehe ich mich schon ein bisschen besser und das ist eigentlich auch mein ziel dann wahrscheinlich ab der wintersaison dass ich dann auch in richtung lk 21 vielleicht lk 20 gehen möchte mal gucken wie das klappt weil du kennst es ja sicherlich auch das eine ist was man im training spielt und das andere ist dann was man was dann im kopf passiert während so einem spiel und auch auch da weiß man nicht was kommt aber das wäre das wäre so mein ziel nächstes jahr ab winter mal so ein zwei lk zu machen ich habe das gefühl dass wir gerade bei ganz vielen sachen gerade in einem ähnlichen entwicklungsschritt sind also wieder so ein bisschen ambitionierter intensiver trainieren auf sachen irgendwie wert legen die man verbessern möchte um dann quasi anzugreifen plus halt das was du gerade meintest auf dem platz wenn man dann doch wieder match hat sieht es wieder ganz ganz anders aus weil auch ich probiere mir gerade eine etwas aggressivere oder mutigere spielweise anzugewöhnen und wenn ich jetzt überlege dass ich diese woche mal ein einzel wieder gegen jemanden gespielt habe wo ich genau das umsetzen wollte was ich eigentlich jetzt die letzten wochen im training ganz gut irgendwie auch versucht habe zu verinnerlichen dachte ich ach misst schon wieder so sehr in alte muster teilweise zurückverfallen das ist echt arbeit da irgendwie rauszukommen ach rené gut gibt es trotzdem irgendwie so so ein spiel des lebens was du eine nette anekdote die du erzählen kannst die auf dem tennisplatz mal passiert ist wo du eine heldengeschichte hast die die man immer gerne erzählt wenn man sein drittes bier oder so getrunken hat kann auch gerne was vereinsinternes sein oder irgendwie ein großer toller erfolg mit denen du gerne angeben möchtest in der in der kleinen tenniswelt naja erfolg und nicht unbedingt aber vor zwei jahren bin ich mit unserer ersten herren 30 mitgefahren da haben die verbandsklasse gespielt was ja deutlich über meiner liga ist und waren zu viert und dann ist der vierte ausgefallen und ja dann wurde ich gefragt ob ich nicht gerne ein doppel spielen möchte weil wir sonst her schenken müssen und auf einmal haben wir 2-0 geführt und gegner waren glaube ich auch im einstelligen lk bereich mit meiner lk 23 ich habe zwei oder drei übertriebene lobs gespielt also mit spin rückhand über die rüber wo wo die auch sagen was ist jetzt denn los wir haben das spiel am ende verloren aber da denke ich gerne zurück weil ich sagen kann ja ich habe verbandsklasse gespielt ja ansonsten mein mein erster sieg das ist glaube ich auch wie gesagt wenn du dreieinhalb jahre spielst 30 40 matches machst und dann irgendwann gewinnst das ist glaube ich besonders aufstieg in der lk 22 als ich in lk 21 geschlagen habe ja das sind so kleine geschichten aber für mich für mich ganz ehrlich das sind das sind momente und für mich ist dann halt wie von auch schon sagte wenn ich dann mit ganz vielen leuten zusammensitze abends und sehe was sich aus dieser herren 30 entwickelt hat die ich ihm die man vor sechs jahren gestartet hat und wie man den vereinen selbst auch mitgeschaltet hat das ist glaube ich so die erfolgsgeschichte wo mir das herz ausgeht und wo ich unglaublich stolz drauf bin und ich glaube da sind wir noch gar nicht am ende also es ist jetzt ein meilenstein den wir jetzt gerade erreicht haben und ich glaube da ist noch ganz ganz viel mehr möglich hoffe ich zumindest dass das hoffe ich auch sehr für dich und für euch aber trotzdem auf die eine kleine geschichte möchte ich dann doch noch mal eingehen und nachhaken wenn du sagst nach den ja ganz ganz langen warten auf den ersten sieg wie wie also ab wie war das denn auf dem platz bist du in tränen ausgebrochen auf dem boden gesunken oder was hast du gemacht und b wie ging es danach weiter also haben dir die 30 zuschauer allen bier ausgeben wollen oder musstest du allen bier ausgeben also wie zelebriert man dann so ein ja dann auch riesen erfolg in dem moment dann hattest und da kommt wieder der kopf ins spiel also man überlegt ja mensch wenn das so ist dann hier oberkörper frei anlage und und aber ich war einfach nur erleichtert und glücklich würde ich sagen also klar man hat dann mit den leuten was getrunken und man war super glücklich aber so eine erleichterung dass man endlich mal ein spiel endlich mal ein spiel gewonnen hat und danach ging es tatsächlich besser weil wie gesagt dieser drück viel ab man wird selbstbewusster das ist ja auch was ganz wichtiges was du auch wahrscheinlich auch kennst wenn du selbstbewusst dann hast dann kannst du halt offensiv spielen dann klappen dinge und ja also ich würde sagen danach war ich selbstbewusster habe auch mehrere spiele gewonnen in der halle hatte ich mal ein spiel da habe ich glaube ich den ersten satz 7 5 gewonnen im zweiten satz habe ich 50 40 0 5 0 und 30 0 geführt also sah alles nach sieg aus und auf einmal hatte ich dann in beiden kämpfen in beiden warten krampf also ich bin vorgerannt wollte surfen volley spielen auch offensiv und dann lag ich mal auf auf dem boden für zehn minuten mit wadenkrämpfen am ende habe ich mich noch irgendwie durch 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 gekämpft und mit standtennis habe das spiel noch gewonnen das ist vielleicht auch noch mal so ein spiel wo ich auch gerne noch mal darauf angesprochen werde 30 35 leute sprechen mich auch noch mal gerne darauf an auf die wadenkrämpfe bei 5 0 im zweiten satz ja also es gibt ganz ganz viele momente und ja so ein lieblings moment kann es gibt ganz viele moment ich sehe schon also das gehört dann dazu wenn wir gegeneinander spielen dass wir dann nachher noch unzählige anekdoten austauschen was noch so passiert ist ja du siehst ja ziehst die pass geht geht sieben minuten auf schulette die leute regen sich auf ich liege da mit krämpfen eine viertel stunde auf dem platz und trink dann wurstwasser damit die dann mineralien zu mir nehmen also das ist ja legendär hast du tatsächlich wurstwasser getrunken salzwasser aber wurstwasser wird gesagt wurstwasser hat auch geholfen wäre vielleicht noch besser geworden oder beim nächsten mal dann doch eine magnesium tablette schon vorher mitnehmen vielleicht gucken wir mal auf unser kleines spezialthema denn da hattet ihr letzte woche bei euch auf der anlage doch ein recht großes turnier oder was habt ihr veranstaltet genau also das ist eigentlich so die highlight woche jedes jahr bei uns im verein wir ja jetzt in der 19 auflage haben wir ein breiten sport mixt turnier organisiert das bedeutet ohne lk wertung jeder kann mitspielen ob beim verein ist oder nicht also für jeden breiten sport und wir hatten von komplett anfängern bis zu ehemaligen bundesligaspielern alles dabei und die idee dahinter ist das finde ich oder das fehlt mir so ein bisschen bei den lk turnieren dass man da flexibel auch mal dinge die dinge umsetzen kann wie zum beispiel wir hatten jetzt ja im winter gesagt werden gruppenphase und danach eine endrunde sowas würde ich mir für lk turniere mal wünschen dass man da auch mal so ein bisschen kreativer wird und bei diesem breiten sport turnier hast du vier gruppen und spielst mit aufstieg also man kann sich hoch spielen wenn du zum beispiel in der gruppe vier in der gruppe drei und die besten acht kommst gehen diese acht in die gruppe zwei hoch spielen das erste spiel wenn sie das gewinnen das erste spiel spielen sie in der in der in der gruppe weiter wenn sie da und die ersten acht kommen können sie sogar in gruppe eins kommen und so hat man dann über eine ganze woche verteilt immer die anlage voll normalerweise geht das immer von montags bis sonntags und dieses jahr haben wir dann sogar den sonntag vorher noch dazu genommen das heißt wir hatten acht tage mit einer vollen anlage und ja ich würde fast sagen 200 spiele die wir gemacht haben und ja du hast da leute die wirklich seit 19 jahren dabei sind du hast neue leute aber eigentlich durchweg ist das feedback alter wie geil ist das und nächstes sind wir auf jeden fall wieder dabei wir hatten 151 spieler die 140 spieler die wir erst geplant hatten haben sich innerhalb von drei wochen angemeldet also das ist halt du machst die anmeldung auf und du hast eigentlich schon ein komplett volles fällt und ja und ich war in der in der in der ehrenvollen situation dass ich gefragt wurde ob ich das dieses jahr mit organisieren möchte mit meinem podcastpartner zava und unserem sportwart weil die leute die es die letzten jahre gemacht haben gesagt haben ja jetzt könnt ihr auch mal andere machen und es war einfach unglaublich also es war anstrengend muss ich auch ganz ehrlich sagen aber es war ganz ganz toll und das feedback war auch ganz ganz toll von den leuten welche welche das ja schon gerade eben die gruppen erwähnt wie ist die einteilung also wie werden denn da die leute einsortiert nach ihrer erfahrung und leistungsstärke wir haben es ja wirklich nach lk gemacht also wir hatten initial drei felder drei gruppen und die besonderheiten der gruppe 3 da hat einen 32er feld und dann das erste match war sozusagen qualifikations match wenn du es gewinnst gehst du gruppe 3 wenn das verlierst in gruppe 4 und ja und dann gibt es dann halt in jedem feld nebenrunden ich glaube die gruppe 1 ja da war glaube ich das schlechteste paar so bei lk 14 14 ja und gruppe 2 war so das schlechteste paar bei lk 17 19 glaube ich also das war also das niveau war auch deutlich höher muss ich sagen also weil weil halt auch bessere spieler mittlerweile kommen und sagen okay wir brauchen gar keine lk es unbedingt sondern wir spielen um spaß und wollen gute woche haben und ja das ist es ist schön zu sehen weil auch da du hast nicht so den druck ja wenn ich jetzt gewinnen mache ich eine bessere k sondern es geht wirklich um spaß und tennis sport und das ist wirklich eine ganz tolle sache und einzigartig glaube ich auch und wie viele also so mehr oder weniger anfänger sind mit dabei ja also dieses 14 diese gruppe 4 also ich würde schon sagen wir hatten so ja um die um die zwölf bis 14 anfänger dabei die dann quasi mit einem partner unterwegs waren der schon ein bisschen was konnte ja entweder das oder oder halt auch komplett als anfänger aber das schöne ist wir garantieren in der woche drei spiele so so ist halt auch die anfänger cool wenn ihr zum beispiel werden welche die haben vor zwei monaten angefangen kann natürlich noch nicht viel im verein und die haben jetzt erst mal gegen drei andere leute gespielt haben die erst mal kennengelernt waren auf der anlage haben ganz viele mit die da kennengelernt und zack hast du dich schon involviert und integriert im verein und nebenbei haben sie haben sie dann auch die ersten spiele gemacht und wie viele neue anmeldungen habt danach für den verein genau eingetreten sind ja also das muss man mal so sehen aber so zwei drei die die direkt eintreten wollen glaube ich sind immer dabei und wir haben auch immer nach einem halben jahr noch mal leute die gesagt haben mensch das war so toll und mittlerweile habe ich mich dazu entschieden einzutreten eine ganz coole story vor fünf jahren glaube ich wir hatten in der gruppe 1 ein pärchen aus hamburg und die haben gesagt hey das macht so spaß ist so ein geiler verein und die spielen seit fünf jahren jetzt in schwanewede die kommen immer zu den punktspielen nach schwanewede aus hamburg sind komplett involviert dieses jahr haben sie sich für vier wochen im sommer jetzt hier eine ferienwohnung gebucht sind jeden tag auf der anlage sind auch komplett integriert ist ein kompletter wichtiger teil unseres vereins also das ist so mit meine lieblingsgeschichte auch dass du leute aus hamburg motivierst die in schwanewede tennis spielen wegen dem breiten sport turnier erzähl mal wie weit ist denn die strecke weil ich kann gar nicht schwanewede auf der karte verorten das sind 120 kilometer schon ist schon ein bisschen was das ist stark das ist echt gut wie sind deine rolle bei dem bei dem turnier bist du spieler und noch nebenher mädchen für alles oder was machst du genau beides also ich war turnierleitung also ich habe ich habe sozusagen die die komplett leitung übernommen dieses jahr also musste gucken dass alles läuft also kommen halt auch alle leute zu dir haben fragen die musst du beantworten ich habe auch mit gespielt tatsächlich leider muss ich dann auch ganz ehrlich sagen erst mal erst mal ich habe glaube ich jeden tag 15.000 schritte gemacht mindestens was dann schon mal schon mal belastung ist dann hast du den kopf nicht frei also mit spielen ist schon ich finde schon gut dass die turnierleitung auch dabei ist mit spielen aber ja du bist nicht frei und also für mich war es zumindest schwierig da eine gute leistung ab zu 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 rufen aber ja für mich ging es da auch eher um spaß also wir hatten auch drei spiele eins gewonnen zwei verloren war auch völlig in ordnung hattest du mit deiner frau zusammengespielt meine frau sagt mir jedes jahr ich versuche sie jedes jahr ich frage jedes jahr und sie sagt nee du bist zu schlecht für mich ja meine frau hat tatsächlich das turnier auch in gruppe eins schon zwei dreimal gewonnen und die spielt halt im turnier sieg mit und für mich geht es halt irgendwo in gruppe drei dann um spaß was auch was auch völlig in ordnung ist also wir hatten dieses jahr ja wir haben mittlerweile ganz ganz tollen trainer mit achmad hamicu der hat mit 16 tennis bundesliga gespielt der war der weltrangliste der hat montag noch lk2 und der hat gesagt ey das macht so viel spaß hier ihr spielt verbandsliga und das ist erst mal dass ich ohne ohne geld spiele einfach weil dieses geiles team seid geiler verein seid ist komplett integriert auch ist einer von uns ist jetzt nicht irgendwie oder kommt die lk2 sondern ja geiler macker einfach und und ja spielt bei uns und der der hat mit der nummer eins der damen 30 gespielt die auch mal lk2 hatte glaube ich die auch sehr hoch gespielt hat und alle haben schon gesagt ja wenn die mitspielen brauchen wir gar nicht gar nicht antreten aber es gab tatsächlich im halbfinale finale enge matches am ende haben sie gewonnen aber ja das war schon cool und ich glaube so gutes tennis hat man auf der anlage echt in letzten jahren selten gesehen und deswegen du hast dann eine gruppe 4 mit den anfängern die den spaß ihres lebens haben du hast dann da spiele die wirklich auf ganz ganz tollem niveau sind und nebenbei gibt es dann noch bier und jägermeister und pommes und bratwurst und alle haben einfach eine fantastische woche ach ich komme auch so ein bisschen schwärmen wenn ich das höre wirst du nächstes jahr auch im turnierleitung machen wenn er das 20 breitensporttonie ausrichtet ja definitiv also wir sind jetzt schon in der planung ich weiß es halt immer schwierig ist es eine ganze woche ich würde dich einladen oder ich lade jeden der der den podcast hier hört und aus der umgebung ist ein damit zu machen wir haben leute die kommen mit einem wohnwagen wir haben hier eine kleine pension wo die leute sich dann für eine woche ein einnisten sozusagen ist nicht so einfach immer ist ist halt auch zeitlich ein großer großer aufwand aber ja es lohnt sich definitiv ja wenn ich muss mir auch muss ich mir auch eine ferienwohnung daneben und bin dann auch mit dabei ja sehr gerne such dir eine partnerin und dann bist du herzlich willkommen jetzt überlege ich wenn ich mir eine ferienwohnung mit einer partnerin nehme und das wird wahrscheinlich nicht meine frau sein könnte man könnte meine frau eventuell was dagegen haben was auf dem breitensporttonier passiert bleibt auf dem breitensporttonier ich habe damit haben wir fast so einen sendungstitel wunderbar willst du noch was sagen zum breitensporttonier oder wollen wir noch mal schon auf die zielgerade einbiegen ja also wie gesagt alle alle eingeladen auch gerne da vielleicht nochmal um werbung zu machen für unser instagram account tv schwanewede oder lkdrölf haben wir glaube ich auch so ein paar fotos gepostet da kann man sich auch noch mal eine impression holen unsere homepage tvs-tennis.de da gibt es auch mal ganz viele informationen das ist auch so ein baby von mir guckt mal rum gibt mir mal ein feedback ansonsten können wir können wir auf die zielgerade einbiegen glaube ich genau und das alles was du gerade genannt hast das wird natürlich auch in den show notes verlinkt und damit die leute alle dich und euch finden denn ich glaube du hast die leute neugierig genug gemacht denn die wollen auf jeden fall jetzt weiterverfolgen wie der tv schwanewede seinen weg weitergeht da machen wir mal die drei entweder oder fragen die ja doch die erste frage wird sofort quasi schon klar sein da die du schon beantwortet hast trotzdem stelle ich sie herren oder herren 30 herren 30 definitiv kleines tennis oder große show kleines tennis mit oder ohne oder gegen deinen tennis podcast kollegen zaffa sehr gerne gegen ich komme auch immer näher aber ich habe auch noch nie gewonnen aber sehr sehr gerne gegen wie wird wie weit ist er von dir weg also auch lk mäßig also er ist jetzt glaube ich lk 20 aber auch da ja ich habe auch mal schon mal eine brille kassiert so vor einem halben jahr und jetzt vor ein zwei monaten gegeneinander gespielt da war ich nah am satz gewinnen oder habe ich glaube ich habe sogar einen satz gewonnen und also ich komme näher ich komme näher also von daher ich spiele auch sehr sehr gerne mit ihm doppel wir haben auch schon doppel gespielt aber gegen ihn macht natürlich auch mehr spaß weil wir uns dann natürlich auch so ein bisschen piesacken das ist schon gut da machen wir doch die zwei vervollständigungssätze der erste wäre das zwanzigste breitsportturnier wird das größte was wie hat und abschließend mit der lk23 mit der lk23 werde ich nur mal richtig angreifen und im nächsten jahr deutlich besser werden da drücke ich dir dann auch natürlich ganz ganz kräftig die daumen bei und würde jetzt die chance geben irgendwas zu sagen was du schon immer mal in diesem tennis podcast sagen wolltest wenn nicht dann kann man das natürlich kannst du das in einem anderen podcast nachholen aber trotzdem was willst du dem kleinen großen tennis publikum noch mal mitgeben ja also ich glaube dass das ist ganz wichtig ist im tennis tennis sport auch dass wir den breiten sport stärken weil ja es ist ist einfach so die wenigsten von uns werden profis und wir haben ganz ganz viele ganz ganz viele leute die kleines tennis spielen dem man aber eine große bühne geben sollte meiner meinung nach und mir ist ganz wichtig auch von diesem vereinsdenken wegzukommen hier unser fein zerbeste und elitär und einfach diesen community gedanken zu leben also egal wer wer auch wenn es jetzt jemanden gibt der sagt okay ich würde gerne jemand würde gerne bei mir im fein was machen hey schreibt mich an auf instagram oder oder ja über die homepage immer gerne ich finde es immer wichtig dass man sich gegenseitig hilft weil nur so kann halt der breiten sport und die breite masse im tennisbereich wachsen und leben und das ist mir ganz wichtig ich freue mich ansonsten nächstes jahr auf unsere 50 jahr feier 50 jahre tv schwande wie die tennis abteilung vielleicht gibt es ja auch da den einen oder anderen wir werden da bestimmt auch mal ein einladung raushauen dass wir bestimmt auch riesengroß also wir haben schon gesehen nächstes jahr haben ganz ganz viele leute runden geburtstag in der tennis abteilung zwei riesengroße events und ja ich finde es auch klasse wie 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 die meisten durch die pandemie gekommen sind und ich hoffe dass wir nächstes jahr ja so ein bisschen post pandemie dann wirklich fantastisches fantastisches jahr zusammen verlieben können würde mich freuen wenn wir uns mal sehen wenn wir spielen und ja das war jetzt mal den letzten wort dann vielen vielen dank dafür toll dass du dir zeit genommen hast wie gesagt ich verlinke so viel ich von euch finde in den show notes und dann würde ich sagen hören wir uns ja sowieso ganz ganz regelmäßig und dann hoffentlich sehen wir uns vielleicht auch bald mal und bis dahin eine gute zeit und was gut ganz liebe grüße an alle